beim ersten mal da war es halt so keine ahnung wo ist denn meine kohle hin ich hab doch nicht kohle so viel verbraucht also ich muss sagen ich habe weniger kohle als ich dachte ich hatte das letzte mal noch zwei stecks kohle die sind weg einfach hier ist noch einer aber wo ist denn der zweite hin das hat es nicht zu meiner truhe gesucht gar nix du hast in meiner truhe drinnen ja wir hatten elf nun wurden soll ich denke ich bin es da okay bestimmt nirgendwas an mir bei mir machen irgendwas kaputt schlagen oder mich töten oder irgendwas willst du bestimmt und schuld dafür los lassen wir machen das ist nur sebastian bei mir also im hauptgebäude und das zu nennen Hauptgebäude schon spitzend zweites monstrum in den sicht n n wird das mit dem wasser ist gewollt noch das vorliegt hier hat gerade jemand glaube in Enderman angelockt auf jeden Fall ist er gerade dumm umgesprungen naja es ist ja vielleicht der mich jetzt einfach neben dem warum ich hoch am Tag ist es Prozent scheiße weil die wenn die sich teleportieren verlieren die sich Jürgen an der Dörrscher in Orsch getreten und da kommt jetzt da mit der Runde der Dörrscher nach dem Wurl für Munger schlagen zurück in den am Tag ist er um das wo es in die Linken Rio nicht beide funktionierten da wurde das heißt ganz knapp vor und vor dem Fall weg jetzt sind beide sind es für da inne braucht vielleicht nur noch einen Hieb genau da siehst du hier rein zufällig was denn hier ja siehst du da irgendwo Schießpulver umliegen hier so wohl steht gut das ist ein Grafikpack Ach nee das Wort das lag hier unten auf der Kante das rutscht dann manchmal hoch man muss deine kann sein aber wenn wir zu stellen immer aus ja weil ich will gerade die ganze Zeit draußen wo und irgendwelche Fischer abgeschlachtet hat nach in Form konnte finden was er ist der Koppel also ich will es nicht weit meinem Weg gerade ernten gehen also auch die Kasse da zu viele von müssen gucken wenn einfach dann einfach weg das heißt es ist ein Künstler von den Papier hoch das zu gut ab der Kollege hat schon das Feld gefällt gehandelt da haben wir ganz groß auch schon weil er meinten wunderschöne Wassermelonen und Philipp sagt er jetzt immer was was soll ich den Sorgen und es ist nicht so gut alles was der Philipp sagt mir gegen mich verwendet ist schlimm Flügelung so dass er jetzt mit anderen zu tun Prozent und ich war noch mal was letztes Mal gestorben sind und ich bin zu prüfen oder leckten wie viele hat er gehabt die Neue nicht gebrochen schnell Philipp kann sein dass bei der Nahrung hast du auch noch die Wehtas oder so kaputt ist es irgendwie festgeklemmt aber bis zu total geschaut hast du gesehen ist dort umgeschlagen worden bin ich hab Schaden bekommen gekriegt und beim loslaufen Schaden wird er sein können ich bin der Wasserhörer das funktioniert noch nicht so ganz der optimale Lösung ist es ist mehr wenn ich auch hier geht nämlich sofort Erde drauf schwer ist ich hab da aber es funktioniert erst mal und so wird so muss so die Halt also die Dinger scheinen zu wachsen ah ja bestimmt solange irgendwelche Pflanzen drauf sind geht es ja aber sobald du halt das runter nimmst da wird sofort Erde draus ja ich hab dafür hier irgendwo eine andere Holz oh nein kann man ja die Hacke mal durch verbrauchen ja zack 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 Daniel brauchst du noch 40 weißen Sand da weißen Sand normalen meinst du weißen Sand hat jemand einen Hühner oder Eier oder Hühner Eier oder Hühner Eier oder Hühner Eier ne in dem in Stall und die normale Dote ne haben wir doch wieder Eier reingeworfen achso du wirst jetzt die 40 Sand ja klar dieses Krümel nehmlich mit meinem Sebastian ja komm ich vorbei ich muss eh in die Richtung ach du hast wohl schon meine Honigmüllen abgeerntet wie ich gerade eben sehe ähm genau weil die Eine schiefgewachsen ist heute hier dann kannst du dich behalten ich würde dann noch empfehlen hier halbe Blöcke oder so davor zu setzen damit er kein Scheiß mal wächst solche solche Treppen ja schläft ja eigentlich so irgendjemand in dem Bett hier bei unserer alten Hütte ja dann muss ich dann eh noch mal hier Strohen machen ich spreng die Hütte jetzt ich muss irgendwas kaputt machen na dann lass mich mal mal mein Bett rausnehmen ich baue es ab ich geb das dann bin da du bist da warte hier da da war bloß der Ton drin oder brauchst du den was Ton ich ähm brauchst du noch irgendwas hier ne also wenn du denkst dann ja wenn nix weggeschmissen aber hier erstmal Haus weggespringen warte mal ich muss sonst hab noch was vergessen sauber boah zwei Blöcke das ist mein Sand von mir aus ich nehm die Erde mit brauche ich wirst du das ne erstmal gerade machen ne ne mach das erstmal gerade ach ne warte 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 ich hab ne bessere Idee schnippeln das ja mal so weg dann hast du da nehm ich im Endeffekt noch mehr Erde ja ja aber da steht da der Guter da muss halt ein bisschen noch rein stecken und ich hab noch ein bisschen sehr gut verstehst ja ich glaub mir mal zwei Hühner von euch dann hier irgendwo so aber wenn ihr die Heile bei dir hinkriegt nehm doch einfach Eier und hau die bei dir rein ja ja stimmt ja stimmt ja stimmt ja stimmt ja habe ich die Erlaubnis dein Wittmeinengang mit zu benutzen ja also zumindest runterlaufen das macht die alle ja das macht sowieso ich finde mich dann nicht mehr zurecht ich glaube gerade aufhören zu 11 durch wenn man kommt zum Denken dabei hat wunderschön sagt man schnell an die Machen mit seiner Prozent Sticks die untersten 6 füllen so so wie sieht es denn hier drin eigentlich aus ne dann komm ich den nur hoch und nicht nur Erde wo ach ja so so erstmal rein zum Sebastian der Sebastian hat das ja noch gar nicht so schön ausgebaut hier runter zu nö ach verdammt ich muss erstmal in den Torma leer machen ja mach das ich glaube das ganze Zeug aus der Kiste aus der alten Hütte ach ja stimmt den ganzen Lehm scheiß wahrscheinlich Korte filmen, Korte filmen und nochmal Korte filmen Wollen wir ein aktuelles Thema ansprechen? zum Beispiel? was haltet ihr von der Ukraine? ich brauche die Hörte ich brauche die Hörte